Dieses Partyleben, wo ich immer so nachgestrebt habe, für den Moment war es ein Kick, aber danach hast du eine totale Leere in dir und es ist einfach mega schlecht, sag ich einfach mal, wie du dich danach fühlst. Ich habe total mich nach Liebe wirklich gesehnt. Ich habe so einen Halt versucht zu finden, dass ich gedacht habe, wow, das erfüllt mich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020